Musik Wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren zum Mining News Flash auf RohstoffTV heute mit Carora Ressources, Sibangestil, World Adventist Mining und Whistler Ressources. Carora Ressources meldete starke Ergebnisse ihrer weiteren Bohrung auf den Lake Cowan Prospect aus dem Higginsville Great Project mit 3,64 Gramm Gold pro Tonne auf 16 Metern. Diese ersten Erkundungsbohrungen zeigen tolle Ergebnisse des bisher kaum erkundeten Gebietes. Geht dies so weiter, würde dieser große Prospekt auch in die erfolgreiche Produktion auf der Higginsville-Mine einbezogen werden können. Das genannte Ergebnis ist innerhalb des Abschnitts des Bohrhochs HIGA 8,864 mit 1,35 Gramm Gold pro Tonne auf 50 Metern aufgetreten. Dies ist ein sehr gutes Ergebnis und zeigt, dass Carora weiter sehr erfolgreich bote und exploriert, um die zukünftige Produktion wachsen zu lassen. Der CEO Paul-André Huet von Carora wird sogar in der ersten Hälfte des Jahres 2021 nach Westaustralien umziehen, um das Unternehmen vor Ort massiv weiterzubringen, zusammen mit Gramey Sloan, dem Managing Director Australian Operations von Carora. Das Unternehmen ist voll auf Wachstumskurs und wir denken, dass sich dies auch bald im Aktienkurs positiv spiegeln wird. Den Vogel schoss sie bei Nistelborder ab. Das veröffentlichte Trading Statement für zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr geht von einem enormen Gewinnanstieg aus. Der Konzern teilte mit, dass der zurechenbare Gewinn zwischen 1,745 Milliarden und 1,816 Milliarden US-Dollar liegen wird. Im vorangegangenen Geschäftsjahr lag man bei lediglich 4 Millionen US-Dollar. Dies soll die Dividendenzahlung massiv positiv beeinflussen. Das Ergebnis je Aktie, die Earnings per Share, werden voraussichtlich 64 US-Cents bis 67 US-Cents betragen, verglichen mit 0,2 US-Cents für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2019. Einfach krass und klasse für die Aktionäre. Die Aktie ist einfach nur kontinuierlich am Steigen. Adventus, Meining und Salazar gaben weitere sehr gute Bohrergebnisse aus der Lagerstätte Eldomo mit 13,61% Kupferequivalent auf fast 17 Metern bekannt. Die Infill-Bohrungen auf Eldomo werden mit zwei Diamantbohrgeräten fortgesetzt. 30 Infill-Definitionsbohrungen wurden erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt 3.137 Meter von den geplanten fast 5.000 Metern. Und zwei Bohrungen mit insgesamt weiteren 192 Metern sind in Arbeit. Bohrung Curie 350 durchtäufte 12,8 Meter mit fast 4% Kupfer, 4,76 Gramm Gold, fast 2% Zink, über 129 Gramm Silber und 0,17% Blei, was 9,7% Kupferequivalent ergibt und ein weiteres Bohrdurchschnitt über 16 Meter mit 8,81% Kupferequivalent. Alle Ergebnisse des aktuellen Infill-Definitionsbohrprogramms werden für die Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Eldomo im Jahr 2021 verwendet. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung wird Teil der laufenden Machbarkeitsstudie für die Erschließung der Lagerstätte Eldomo sein. Und wir sehen dies sehr positiv. Die Aktie ist nach wie vor sehr günstig. Wissler Resources gibt bekannt, dass in Vorbereitung auf die geplante Ausgliederung von Wissler Copper das Unternehmen seinen Namen von Wissler Resources in Wissler Silver Corp ändern wird. Die Namensänderung wird voraussichtlich am Dienstag, 9. Februar, in Kraft treten, sprich ist eigentlich schon in Kraft getreten. Man will sich komplett auf das Panuco Silver Vorkommen konzentrieren, das man zügig in die Produktion entwickeln will. Wir gehen von einem Produktionsstart spätestens in 2023 bereits aus. Auch Wissler Silver ist noch günstig zu haben und wird massiv vom steigenden Silberpreis profitieren. Mein Team und oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificates sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.